Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, vor einer Woche haben wir den Terrier-Mischling Bobby vorgestellt, für den sich leider bisher kein Interessent gemeldet hat. Deshalb wollen die Mitarbeiter der Arche Noah heute nochmals an den liebenswerten Bobby erinnern. Bobby ist eineinhalb Jahre alt, hatte schon drei Besitzer und braucht dringend ein beständiges Zuhause. Heute stellen wir zwei ganz unterschiedliche Fundkätzchen vor. Den Anfang macht ein weißgetigertes Katerchen. Er wurde in Gotha in der Galetti-Straße gefunden. Das hübsche Kerlchen ist noch ein Katzenkind von ungefähr zwölf Wochen und war wahrscheinlich schon länger allein unterwegs. Das konnte man an seinem Gesamtzustand erkennen. Sehr mager und mit vielen Flönen besetzt, kam er zu Arche Noah. Für den Kleinen wird ein Zuhause gesucht, in dem er nach der Eingewöhnungszeit auch Freigang haben kann. Der Kleine ist sehr aufgeschlossen und lässt sich gern streicheln. Vielleicht hat er ja schon mal ein Zuhause. Er könnte in jede Familie kommen und auch zu anderen Artgenossen. Das Eingesperrtsein im Tierheim behagt dem Weltenentdecker überhaupt nicht. Er möchte immer raus auf Erkundungstour. Es wäre sehr schön, wenn das Katzenkind jetzt seine richtigen Menschen finden würde, die ihm noch viel für sein zukünftiges Katzenleben lernen könnten. Er ist ein wahrer Herzensbrecher. Als zweites kommt eine schöne ältere Katzenname zur Vorstellung, die in Bolstedt gefunden wurde. Auch diese Mieze war in einem sehr ungepflegten Zustand. Sie wird auf ungefähr zehn bis zwölf Jahre geschätzt. Die schwarze Katze könnte ein Perser-Mischling sein, meint hier im Leiterin Katrin Mattes. Die Katze hat eine alte Verletzung und dadurch einen eigenartigen Gang. Katrin Mattes könnte sich vorstellen, dass vielleicht der Besitzer verstorben ist und die Mieze kein Zuhause mehr hat. Vielleicht wird sie durch ihre Besonderheiten von Nachbarn oder Bekannten der ehemaligen Besitzer erkannt. Die sehr schüchterne, ruhige Katzenname soll ein ruhiges Zuhause ohne Kinder und andere Tiere bekommen. Eine Einzelperson oder älteres Ehepaar wären optimal für die Mieze. Sie wäre bestimmt sehr froh, noch mal Geborgenheit und Liebe von Menschen zu finden. Ich begegne dich, großzene Musik zu haben. Ich begle dich, großzene Musik zu haben. Ich begegne dich, großzene Musik zu haben. Untertitelung im Auftragsoriaail Sanskrit und die Mieze für die Mieze.